Hallihallo hallöle liebe YouTube-Gemeinde und liebe Widmi-Gemeinde zu einem neuen Video von der Saar aus Dessau. Wie ihr hier drunter lesen könnt, mache ich ein Charakter erraten in Harry Potter. Darauf freue ich mich sehr und ich muss der Miss Prune auch gleich danken, die dieses Video geschnitten hat für YouTube. Den Part 2 habe ich schon als Test gemacht und den Part 1 werde ich jetzt mit euch zusammen machen. Charakter erraten. Der Clou dabei ist, es sind Charaktere auf Englisch. Aber dazu muss ich sagen, ich habe jeden Harry Potter Film schon mindestens einmal auf Englisch geguckt. Also hoffe ich doch, ich bin da cool mit der Sache. Als zweites will ich euch noch danken für 99 Abonnenten auf meinem Kanal. Und ich hoffe doch bald kommt die große Dreierzahl, nämlich die 100. Und dafür bin ich auch schon fleißig am Arbeiten für euer 100 Abonnentespezial. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich werde jetzt Charaktere von Harry Potter erraten. Und Harry guckt mir auch fleißig zu dabei. Viel Spaß! Ich mache das Ganze auch ohne Kopfhörer. Ich finde, ihr hört das besser, wenn ich das ohne Kopfhörer mache. Ich habe 10 Sekunden, um die Antwort zu finden. Also, warte mal loslegen. Hermine Grangell. Ja. Erstens. Das ist so eine unverkannte Stimme, die Alan Rickman. Professor Snape. Professor Snape. Angus Fitch. Angus Fitch. You killed my cat. Oder murdered. Okay. Remus Lupin. Ich liebe Remus. Der ist so toll. Ein toller Charakter. Remus Lupin. Nein. WTF? Nein. Ja, okay. Nein. Ja, okay. Ah. Sirius. Vodemort. Ja. Ich bin gerade geflasht davon, dass ich seriös mit Lupin vor Exit habe. Betunia? Betunia. Neville Longbottom? Ich bin mir nicht ganz sicher. Neville Longbottom. Neville Longbottom. Ja. Ja, ist klar. Ihr könnt mich jetzt hassen. Ihr könnt mich bitte hassen. Ich mag Ron übelst gerne, aber... Oh mein Gott. Ja. Ihr könnt mich jetzt hassen. Hagrid. Oh mein Gott. Ich mache mich hier voll zum... Voll Obst. Nicht wahr, Harry? Der nickt schon. Hagrid. Aber was? Aber was? Dolores Umbridge. Ich hasse diese Person. Die ging mir in den Büchern so auf den Sch... Auf den Sack. Und in dem Film ging's noch, aber in den Büchern... Wow. Dermaßen auf den Sack. Ginny ist für mich so ein Charakter, der ist in Büchern sehr präsent und in dem Film halt so... Hm. Nichts sagen. Das ist Malfoy. Das ist Draco Malfoy. Keiner sagt so charmant Potter. Professor McGonigal. Das wollte ich schon immer mal sagen. Ein auch sehr toller Charakter in Harry Potter. Luna läuft gut. Im Gegenteil zu Ginny, ein sehr nach vordergerückter Charakter in dem Film. Ja. Hat ein bisschen Screen-Teil geklaut. Harry Potter? Harry Potter. Jippee. 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 Dumbledore. Dumbledore. Jippee. Dumbledore. Äh. Bis Dumbledore. Ich hab jetzt schon den Fantastic Beasts, ähm... Proofy, die, Proofy gesehen, das Bild, das ist wahnsinnig toll getroffen, find ich. Droglore. Nass die Spitze. Ah, für Weasley. Ne, 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 noch einen Dörsley. Jetzt haben wir noch gerettet. Nope, passt an, sagt ne. Die Strähne erregt mich auf. Entschuldigung, dass ich gerade abdenke. Zombie! Dobby ist in dem sechsten, in dem siebten Teil ein bisschen niedlicher Design, finde ich. Also er ist generell niedlicher, dass man vielleicht mehr mit ihm sich identifizieren kann. Das ist Remos Lupi. Die hören sich ähnlich an, ja? Wenn es nicht so ist, dann schreibt es mir in die Kommentare oder gebt mir ein Dislike. Es ist echt so, ja? Remos. Remos ist toll. Haben es gleich geschafft. Das ist auch Neville, dann. Das ist Neville. Ja. Das ist Neville, oh Gott. Die hören sich auch ähnlich an, ja? Hey, hey, ich habe es geschafft. Es ist doch besser so, als hätte ich alle komplett erraten. Da war ich ja vor der Streber und so. Gut. Ich habe mich durchprobiert. Bevor ich das gefunden habe, habe ich noch ein Errate den Song, Errate den Film oder Singe den Songtext weiter. Challenge oder Spiel gemacht. Und wenn ihr das hier mal auf meinem Kanal sehen wollt, dann gebt mir doch bitte einen Daumen nach oben. Oder schreibt es mir mal in die Kommentare, wenn ihr das sehen wollt und was ihr davon sehen wollt. Also, guess that song, guess the movie oder finish the lycress. Das könnt ihr hier unten mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon vielleicht sehen wollt. Von mir, für euch. Und da kann ich nur sagen, das war es auch schon wieder von mir. Ich werde jetzt gleich in den Film Justice League gehen. Ich freue mich schon total drauf. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Sonntag. Eine schöne nächste Woche. In dem Sonntag, jetzt habe ich den Film sogar schon gesehen. Ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr noch mehr von mir sehen wollt, dann abonniert mich ganz schnell. Und werdet der hundertste Abonnent auf meinem Kanal. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ihr seht jetzt hier in der Endcut den Button, wo ihr mich abonnieren könnt. Und ein anderes Video von mir, was euch vielleicht gefallen könnte. Dann Tschüssi!